yo guys wassup was geht the blue gangsta is back with the third part of crash bandicoot 1 in hd remastered whatever und diesmal also letztes mal besser gesagt hat's wieder mit der aufgelieb name nicht so gut geklappt und es liegt jetzt weiß ich es nämlich besser entweder nee das liegt sogar sehr wahrscheinlich an meinen usb port bei meinem kumpel von mir monkey die bobo der spielt ja ab und zu mal hier tecken und so und als er seine case hier angeschlossen hat hat er gesagt ja da stimmt irgendwas nicht ich wusste nicht weil ich habe kein vergleich hat gesagt der kate stick funktioniert nicht richtig ich war wahrscheinlich schon dran gewöhnt und ich spiele meistens auf pad deswegen habe ich die wired verbindung gar nicht drin sondern ich zog ja wireless und ja da hat man usb jetzt gespackt deswegen bin ich jetzt auf umgestiegen einfach am controller jetzt sollte es funktionieren ich habe davon test gemacht hat auch funktioniert also sollte es jetzt wieder nicht funktionieren dann nehme ich die audioaufnahme entweder separat auf oder ich lasse komplett weg weil das kann ich sein dass ich euch so scheiß qualität liefer but that's that and let's start with the third point crazy brain ach ja ich beschränke dieses mal auf ungefähr 40 minuten die 50 waren dann irgendwie doch zu viel weil irgendwie doch zu viel okay das level das wird gefährlich dass da werde ich auf brettern das wird nicht so leicht zum glück die braunen bzw roten dinger wie ihr seht die gehen direkt kaputt und genau das ist das ich krieg das nicht mehr hin alle ich muss da direkt auf den so jetzt mache ich es andersrum schon mal ein guter start war viele kiss 42 hier gibt es eigentlich noch einen trick ich krieg es einfach nicht hin haha checkpoint die dinger gibt es hier auch noch den habe ich jetzt vergessen das ist übrigens das tier auf dem wir geritten sind da gibt es doch ab komm her what the hell okay whatever ernsthaft jetzt das geht ja gar nicht ich muss auf ihn drauf springen oder ich muss ihn überspringen ok hätte ich gleich so machen wollen all right then let's move it of god extra leben für den noob alter ich kann ja nicht mal auf den drauf springen ja genau das habe ich schon vorher kann man das so sagen vorkommen sehen nein kommt schon ich habe irgendwie unglück aber ich die dreckige methode probiere ich erst ganz am schluss aus ja schön so ich probiere es mir mal so so geht eindeutig schneller ist ja aber auch irgendwo klar komm bis wohin geht der ok viele habe ich jetzt davon nur 12 so ok jack point wenigstens etwas holy na warum es lief doch gerade so gut alles alter war das knapp zum glück kann man da so lange drauf stehen bis es brettert mach mir doch nicht so angst verdammt zum glück sind hier diese eisflächen ich wusste es ich wusste es verdammt nein komm schon wir waren doch schon oh mein gott wegen so einem billigen fehler komm schon komm 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 ist gleich geschafft so jetzt so jetzt leben sammeln bis zu geht nicht mehr ist da oben ne kiste 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 na komm na komm ernsthaft na komm schon na komm schon okay fall doch nicht runter what the fuck ne da oben kann nichts sein nein ist nix oh oh okay wenigstens etwas god oh man ist das einstrengend so noch elf kisten die brauche ich eigentlich um da rüber zu springen aber das machen wir jetzt so holy shit ach so ich muss eggs halten ja toll wenigstens spawn ich jetzt hier hey der hat sogar mit dem salto geschafft wünscht mir glück jawohl hä wir können da elf kisten fehlen naja egal wir haben es hinter uns ah da hinten geht es noch weiter verdammt verdammt egal das hätten wir jetzt god damn it so lange für ein scheiß level all right then direkt weiter ohne her da gibt es ne abzeigung okay ziehen wir trotzdem durch ich schalte einen neuen weg frei in dem du woanders ja okay ich schalte einen neuen weg frei in dem du woanders ja wieder nach hinten durch rennen ich schalte irgendwie einen neuen weg frei ja mit den pfeiltasten ist echt besser ich dachte ich muss nochmal springen direkt davor ey viel 35 die kriegen wir aber so noch zehn apples ich nenne sie apples auch wenn sie irgendwie uka uka früchte oder weiß ich nicht wie genannt werden ja haben wir es geschafft oder nicht nicht geschafft what the fuck direkt davor krank ok let's go komm 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 so geht doch alter noch 25 stück bewegt dich doch nicht so bescheuert ich meine die dinge da die sich so nach links und rechts bewegt wo na das hat es mir echt verdorben ja wie weit denn noch auch so da bleibt plötzlich stecken ja last try so jetzt müssen wir gucken dass wir da schnell zu wirklich durchkommen komm 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 oh gott wo soll ich denn wissen ob ich lang jump oder nicht ja ok ja ok aber das sollte das auf jeden fall einfacher als die stage davor viel einfacher so direkt der fahrzeug zu sammeln so direkt der fahrzeug zu sammeln so direkt der fahrzeug zu sammeln let's move it ich sage dass ich gerade so wenig lal aber ich muss mich konzentrieren krass gell bei einem ps1 game das more entertaining ist denn der meiste scheiß heutzutage okay oh das scheint doch zu funktionieren noch das machen wir zuerst das machen wir zuerst komm schon dann ich solltel lieber nicht zu viel komm naja nein danach noch 20 kisten ok das war jetzt richtig bescheid von mir wohl glück gehabt Komm schon, komm schon, komm schon Okay, das hätten wir geschafft, jetzt wird's schwierig Besser gesagt, hier sind wir schon mal gescheitert, also kompliziert Ich komme nicht immer auf dieses extra Teil, deswegen fehlen die Kisten, die würden mir 100 pro Ich kann das ja beschleunigen, indem ich X drücke, ich soll's mal halten, vielleicht geht's einem insgesamt schneller Oh fuck no Wait a second So, was jetzt? Hä? Und was ist mit... Achso, da komm ich erst hin, wenn ich alle... Wenn ich alle Dings gesammelt hab Also wir können gerade nur hier weiter, schade Schade, schade, schade Naja, whatever Okay Direkt Äpfel zu sammeln, das heißt, das hier wird kompliziert Und ich frage mich schon, warum geht der nicht drauf? 90 Kisten Geht's da weiter, nein Okay, ist hier vielleicht was? Nein Alright then, let's move it Das war jetzt bestellt von mir, ich hab darauf überhaupt nicht geachtet Gott, sind die hier großzügig Das muss echt ne harte Nummer sein hier Gott Ich zeig euch mal den Cheat hier Wenn ich nicht verrecken würde Und ein Checkpoint brauch ich auch Na komm Alright No, 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 jetzt Grad noch so So, jetzt, was, wo geht's nochmal? Seht ihr das? Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier das gleiche machen Bis ich weiß es nicht wie viele Lives hab Na komm schon Noch einmal Okay, passt So geht's auch Alright So, jetzt Wow Wow, 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 easy, easy Wieso kann der nicht schwimmen? Und wie der ganze zureThurg, weil wir kein Checkpoint haben Krank Aber dafür genug Lives ok so die war gerade echt komisch so habt ihr das gesehen mein timing war einfach zu perfekt so jetzt warte ich extra hier das war nur eine sicherheitsmaßnahme ich dachte schon die krieg ich doch ja geil jawohl ok ok i got it i got it from my mom jetzt habe ich doch ein checkpoint gekriegt nice so so easy hier ist nichts hat doch und noch ein checkpoint ok verstanden ich warte noch so jetzt du so na komm schon ja 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 verabschung kann du ihn selbst wowoowowowowowowow wou so 1 2 beide 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 ok checkpoint nein Ich Idiot! Ich Idiot! Ich bin einfach aufs Reflex gesprungen. Komm schon, komm schon! Jawoll! Jawoll! Erstmal hier ein bisschen Apples. Nein, 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 ja, ich bin schlecht bei sowas, oh Gott, ich werde fast runtergebrittet. Diesmal warten wir. What? Direkt ins Feuer, krank! Ich glaube, das überlebe ich nicht. Na, toll! Ernsthaft? Das war doch nur der Anfang! Ich warte auch zu lang. So, jetzt. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ah! Ja, ist doch gut. Wartet mal ganz kurz, das nervt das Ding. Ja. Alright, I got it! So. Jawoll! Jawoll! Jetzt brauche ich hier nur noch ein Checkpoint. Ein Extra Life haben wir schon mal krank. What? What? Okay. Okay. Ich war nicht vorsichtig genug. Okay. Warum springst du nicht? Ich habe doch gedrückt. Oh Mann. Ah, warum gehe ich da immer ganz nach rechts? Ich habe sieben Lives. Sieben Stück. Soweit ich weiß. Komm schon. Sehr schön. Ah, ne. Jetzt, wo ich hier ihn habe, funktioniert es. 90 Kisten. Wahrscheinlich wieder mit diesem Extra Ding, das ich nicht machen kann. Hm. Okay. Okay. Kurze Spre- Hä? Wieder von hier, na toll. Warum kriege ich da oben keinen Checkpoint? Moment. Warte, ich bin kurz vor einem gestorben. Boah. So. Mann. So. So. Funktioniert doch. Leider reicht es nicht für ein Extra Life. Okay. Hey. Ich bin doch nur. Unglaublich. Okay. Nein. Schlecht. Boah. Nochmal Rotz gehabt. Nochmal Rotz gehabt. Nochmal. 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 Du bist echt neu. Hier. Und jetzt. Jetzt. ne, erst wenn beide weg sind, tauchen sie nicht mehr auf krank so alter das mach ich jetzt hier, bis ich volle ist zwar ein bisschen cheat, aber das könnt ihr euch auch von mir abgucken so, komm schon alright, das sollte reichen stell euch vor, ich war jetzt gestorben haha oh shit so jetzt jawoll ok hier und da und dort ich wusste es jawoll und dich vergesse mir natürlich nicht gleich gespielt von vorn, ne aber ich muss noch warten ah verdammt so ja ja in der Mitte dann alle drei und alle weg zack 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 so geht doch all right also das kann ich mittlerweile eigentlich auch schon gut wenns nicht sowas immer wieder gebe okay so alter jetzt fast nicht gepackt unglaublich wir warten noch jetzt mein fehler ich war wieder zu schnell ernsthaft ich bin echt zu schnell ja ich bin wirklich what the hell zu schnell was zum das war fast schon zu langsam ist doch graurig so die geschwindigkeit kann ich mir auch zunutze machen gut okay all right then so okay okay oh damn so extra ganz nah an der wand so geht doch erst wenn das ding alleine rauskommt jetzt hey das war so easy und nur weil ich Panik hatte dass meine Vermutung nicht stimmt jetzt kann ich wieder warten nein nein ich war jetzt schon was gesprungen so jetzt nein 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 habt ihr das gesehen nein meine letzte Chance komm schon komm schon bitte ich Idiot jawohl Checkpoint jetzt ist meine Mask zwar weg but who cares ja das war witzlos egal ein Life dazu wenigstens Zeit was okay 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 nein jetzt spring doch da drauf jawohl ein Checkpoint und so jetzt da gibt es extra Kisten die muss man dann hinten ja toll okay so just chill hier kurz so schnell 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 oh damn verkackt verdammt wie ist denn da jetzt der Rhythmus 1 2 3 4 okay ich check da immer noch nicht ganz durch jetzt alle okay jawohl mein Glückstag yes gibt es hier sonst noch was nee ja geil spring doch ich drück doch zum Glück gibt es hier so viele Apples zu sammeln jawohl okay weird shit jawohl hä Cortex Dinger whatever ja eine wow die anderen zwei habe ich gar nicht da oben war eine aber ich dachte das wäre von dem anderen Typen da oh nee wenigstens weiß ich dass ich da nicht mehr nach hinten muss so doch ich muss da hinten wegen der Kiste Gott war das wieder knapp fuck it wir kriegen eh nicht alle wo ich jetzt wieder verreck was ist hier jetzt los habe ich jetzt alle drei ja wo ist das Teil gibt es hier nicht toll da oben ist schon das Ziel ah nein das ist das Ding hier sehr gut jetzt erst mal extra live sammeln ja okay die okay alles klar ja zum Glück können wir das hier öfter machen Gott wenigstens ein aber das heißt wir sind erst in der Hälfte der Stage das kann ich sein so sagt mir jetzt nicht nein okay wenn es jetzt an der Kiste da hinten lag dass wir nicht alle bekommen haben dann ticke ich aus komm schon Mike jawohl yes the checkpoint what the hell what 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 nein jetzt warum egal nochmal von vorn das war irgendwie klar springt doch da drauf verdammt so oh schau nein 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 oh da her und schon wieder nicht geschafft krank jetzt komme ich aber ganz hoch so okay alles klar ja da kann man eigentlich nach hinten durch aber wer braucht's du kleiner und da ist das Ziel egal wir haben ja ein checkpoint hier wir haben ich sag nie wieder was warum was was nein warum spring ich runter Gott bin ich grad verwirrt okay nicht dass ich noch zu schnell für die Dinger werde so jetzt lass mich nicht mehr von dir verarschen ich hab mich von ihm verarschen lassen nein 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 einfach ruhig stehen bleiben sehr schön ja selbst ich lerne dazu so geht doch so geht doch die sammeln jetzt schön ein na komm okay 30 stück oha ein level machen wir noch das schulde ich euch noch ja wenn ich halte dann geht's besser die kisten die crash da und auf den Kopf bekommt oder was ja ja whatever okay nee das ist ein endboss okay den machen wir noch fertig den machen wir noch fertig und dann hat sie es für diesen paar hoffentlich hat es mit dem audio diesmal wirklich geklappt so was muss man denn da machen ich weiß es nicht mehr okay der wirft mich einfach ab okay deswegen habe ich wahrscheinlich so viele lives bekommen okay ich kann einfach rüber springen aber was soll ich denn machen ich glaube jetzt hätte ich rüber springen sollen ah nee okay ach so deswegen sind die tnt kisten hier schon verstanden okay alles klar jetzt wissen wir es ja let's go ja mach ruhig du möchte gern ja ja schmeißt ruhig ja schmeißt doch endlich komm schon schmeißt doch endlich man war das knapp so noch zwei stick noch eine jetzt wird es kompliziert werden kommt jetzt noch was ah goodbye geht doch koala kalt gemacht krank auf englisch wärst du wahrscheinlich koala cleared klar gemacht aber das kann man auch falsch verstehen naja auf jeden fall das war's eigentlich auch schon und auf einer neuen insel fangen wir an dann nächsten part krank also dann thank you for watching guys hoped you liked it hope everything was fine finally this time and we see us again don't know when but on my channel so the blue gangsters out peace youtube word